Willkommen auf dem heißen YouTube-Kanal von NEWS. Abonnieren Sie den Kanal, um die neuesten und heißesten Nachrichten zu erhalten. Diese Songs singen die DSDS-Kandidaten am Samstag im Finale. Am Samstag findet endlich das große DSDS-Finale statt. Darin entscheidet sich, welcher der Kandidaten den Titel Superstar 2020 tragen wird. Chiara D'Amico, Paulina Wagner, Joshua Tappe und Ramon Rosali konnten sich im Halbfinale durchsetzen und kämpfen jetzt um den DSDS-Sieg. In der letzten Etappe der Castingshow werden sie aber noch einmal so richtig auf die Probe gestellt, jeder von ihnen muss drei Songs einstudieren. Wie RTL bekannt gab, wird das Final-Battle aus insgesamt drei Runden bestehen. Zunächst darf jeder der Teilnehmer einen Non-Song seiner Wahl performen. Joshua entschied sich dabei für Supergirl von Ramon, Chiara für Baby One More Time von Britney Spears, 38, Ramon wird mit Tränen lügen nicht von Michael Holm, 76, auftreten und Paulina sind sieben Leben für dich von Maite Kelly, 40. Das Publikum wird danach eines der vier Nachwuchstalente bereits rauswählen. Die restlichen drei Kandidaten treten in Runde zwei mit ihrem persönlichen Staffel-Highlight auf. Die beiden Frauen haben dafür Derns Monkey von Tones and I und Wie schön du bist von Sarah Connor, 39, vorbereitet. Joshua und Ramon wollen in dieser Runde mit Hoch von Tim Benzko, 34, und 100 Jahre sind noch zu kurz von Rendelfrose glänzen. Auch nach den zweiten Auftritten sind wieder die Zuschauer gefragt und einer der Kandidaten wird den Wettkampf verlassen müssen. Auf die beiden Finalisten wartet dann aber ein ganz besonderes musikalisches Highlight, sie performen den brandneuen, von Dieter Bohlen, 66, höchstpersönlich komponierten, Song Eine Nacht. Den können sie entweder als Pop- oder als Schlager-Version interpretieren. Hier noch einmal alle Songs im Überblick. Joshua Tappe, neu, Supergirl, Rimon Staffel-Highlight, hoch, Tim Benzko. Finalsong, Eine Nacht, Dieter Bohlen, Chiara D'Amico. Neu, Baby One More Time, Britney Spears. Staffel-Highlight, Dance Monkey, Tones and I. Finalsong, Eine Nacht, Dieter Bohlen, Ramon Rosalie. Neu, Tränen lügen nicht, Michael Holm-Staffel-Highlight, 100 Jahre sind noch zu kurz, Rendelfrose. Finalsong, Eine Nacht, Dieter Bohlen, Paulina Wagner. Neu, Sieben leben für dich, Maite Kelly. Neu, Sieben leben für dich, Mai, Chiara D'Amico. Staffel-Highlight, Wie schön du bist, Sarah Connor. Finalsong, Eine Nacht, Dieter Bohlen. Untertitelung des ZDF, 2020